Kripo Lübeck, Kiesewetter. Ich habe ein paar Fragen. Welcher Schwachkopf hat das Laken über das Opfer gebreitet? Oha, hat eine ganze Arbeit geleistet. Also auf kerzengerader Strecke im Indianerkostüm umgefahren zu werden. Und das da ist der Kopf. Abgetreit. Wie viel Kraft braucht man, um seine Nagelschere durch den Gehörgang ins Gehirn zu stoßen? Ich habe natürlich sofort in meiner Tatortfibel nachgeschlagen. In Ihrer Tatortfibel? Ja. Sie kann ja richtig nett sein. Oh, das ist nur ein Anfall. Ihr müsst rauskriegen, bei wem er im hellgrünen Gang war. Nachbarn befragen etc. etc. Ecke, Schatz, ich mache das nicht erst seit gestern. Danke für den Tipp. Pinschatz, das sind keine Tipps. Ich leite diese Ermittlungen. Erke, du weißt doch, das Wörtchen wir findet im Vokabular unseres Ex-Bauern nicht statt. Dafür würden mir einige Begriffe aus der Landwirtschaft für dich einfallen, Lars. So, Strahlemann. Jetzt bist du dran. Ich würde gerne wissen, woran dieser stramme Boote gestorben ist. Sie kommen sich wohl sehr schlau vor, was? Jo. оты Das ist eine Stunde. Untertitelung des ZDF, 2020